Es ist nicht nur die traumhafte Atmosphäre, es ist nicht nur die Vielzahl der Attraktionen, es ist die Liebe zum Detail, die den Europapark in ein einzigartiges Wintermärchen verwandelt. Freu dich auf den schönsten Winter-Europapark aller Zeiten, mit dem traumhaften Winterzirkus, romantischer Eisshow, stimmungsvollem Weihnachtsmarkt und über zweieinhalb Millionen Lichtern. Jetzt im Europapark in Rust bei Freiburg.